Eine neue Woche, ein neues Building on a Budget, Leute. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Diese Woche lädt der Azorius-Senat zu einer kleinen Budget-Party. Einen kleinen VIP-Bereich für alle Kanalmitglieder hier wird es wohl auch geben. Ich schaue mal, was sich da machen lässt. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, YouTube hat sich nämlich immer noch nicht erholt. Sowas habe ich in fast 10 Jahren YouTube echt noch nie gesehen. Und eure Kanalmitgliedschaften helfen aktuell wirklich, das Ganze hier am Laufen zu halten. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Vielleicht könnt ihr ja den Kanal supporten, wäre wie gesagt richtig, richtig cool. Jetzt wollen wir uns aber erstmal hier anschauen, was der Azorius-Senat da für eine Party vorbereitet hat. Viel Spaß! Willkommen zur Deckübersicht von heute. So sieht das Ganze aktuell aus. Die letzten Tage haben wir gemeinsam den Decktypen im Stream getestet. Es hat wirklich mega Spaß gemacht, die Party zusammenzustellen. Und die Party-Mechanik an sich war auch echt solide. Auch wenn mehrere Farbkombinationen möglich sind, die weiß-blaue Variante als recht aggressives Midrange-Deck hat mir hier am besten gefallen. Ein solides Power-Level bei einem recht niedrigen Einzelkartenwert. Glaspool-Mimic ist hier übrigens mit Abstand die teuerste Einzelkarte, falls ihr diese Karte noch nicht in der Sammlung haben solltet. So teuer ist sie halt auch nicht und vier Stück lohnen sich wirklich für eine Vielzahl an Decks. Die kann man ruhig auf Vorrat haben. Schauen wir uns jetzt aber die Party mal etwas genauer an. Eine vollständige Party besteht aus mindestens vier Kreaturen und den Kreaturen-Typen Kleriker, Räuber, Krieger und Zauberer. Linvala hier hat mir schon seit der Spoiler-Season sehr gut gefallen. Für drei Mana ist sie auch einfach eine solide Einzelkarte. 3-3 fliegend ist auf jeden Fall fair und die aktivierte Fähigkeit schützt uns in erster Linie vor Mass-Removal. Manchmal auch in der Defensive eingesetzt, schön mit allen Kreaturen, die wir haben, blocken. Dann Linvala für uns Zerstörbarkeit opfern. Alle anderen Kreaturen überleben die Kampffase, also wirklich ein sehr guter Effekt. Und der zusätzliche Party-Effekt ist hier eigentlich nur ein Bonus on top. Der Party-Effekt vom Squad-Commander haut da nämlich deutlich mehr rein. Im Optimalfall legen wir auch einfach Zug 1 bis Zug 3 eine Kreatur und dann Zug 4 den Squad-Commander für die vollständige Party. Ordentlich Bonus-Spielsteine und ab dann wird wirklich nur noch angegriffen. Für die ersten Züge haben wir aber erstmal vier Priester, die an sich schon eine sehr starke Ein-Mana-Kreatur sind. Der Madu-Wow-Reaper ist als 2-1er-Kreatur mit Bonus-Effekt schon echt gut. Der Priester ist aber in der Regel mindestens 2-2 für Ein-Mana mit einem sehr guten Bonus-Effekt. Also der Ein-Mana-Bereich sieht schon mal sehr gut aus. Im Zweimana-Bereich haben wir vier Aspirants, eine Kreatur, die sich in der Regel sehr schnell ein Removal einfängt. Das ist aber auch wirklich völlig in Ordnung. Unsere anderen Kreaturen sind halt auch ziemlich gut und wir legen die Plus-1-Plus-1-Marken auch immer am besten auf eine andere Kreatur, um so das gegnerische Removal schlechter zu machen. Der Schleicher kann nämlich mit ein paar Plus-1-Plus-1-Marken auch sehr stark werden. Protection-Fähigkeiten sind immer sehr gut und in Kombination mit Lebensverknüpfung ist der Schleicher einfach sehr stark gegen andere Kreaturen-Decks. Im Dreimana-Bereich haben wir dann noch drei Reflector-Mage, auch einfach eine super solide Einzelkarte, gibt uns gut Tempo und Zeit gegen nervige Kreaturen, zerstört auch einfach manchmal einen Spielstein. Dem Deck haben halt einfach zusätzliche Zauberer gefehlt und Reflector-Mage fand ich hier einfach perfekt. Über die vier Mimics haben wir ja schon ein wenig gesprochen, halt die teuerste Einzelkarte des Decks. Als Räuber-Klon aber auch wirklich super passend für das Party-Deck und hier bei mir wirklich viermal gesetzt. Immer wieder den Squad-Commander für die Spielsteine kopieren, ebenfalls den Bonus-Pump-Effekt oder auch einfach ohne Ende Reflector-Mages ins Spiel bringen. Das kann halt wirklich super stark sein. Im Nicht-Kreaturen-Bereich haben wir dann noch die vier Journey to Oblivion, einfach ein sehr flexibles Removal gegen eigentlich alles, was uns Probleme machen könnte. Dann natürlich noch die drei Spoils of Adventure, um die doch recht schnell leer gespielte Hand wieder aufzufüllen. Wir müssen dank Linvala auch nicht super viel Angst vor Mass-Remover haben, können recht entspannt unserer Hand leer spielen und dann einfach auf das Removal dementsprechend reagieren. Also insgesamt ein echt schönes Deck, wie ich finde. Die Einzelkarten lassen sich auch wirklich sehr gut zusammenbekommen. Klar, die Mana-Base lässt sich wie immer upgraden, aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich viele richtige Upgrades für das Deck. Brazen-Borror wäre hier ganz klar mein Favorit, aber wohl eher was für die Arena-Version des Decks. Ein Brazen-Borror kostet halt fast genauso viel wie das komplette Paper-Deck, aber falls ihr die Karte in der Sammlung habt, kann man natürlich auf jeden Fall zocken. Und hier die Feen der Wünsche fände ich als 2-Mana-Zauberer auch sehr interessant. Bonus-Karten aus dem Sideboard holen ist halt super stark, würde ich in einem Casual-Deck aber eher weglassen. Nimble Trapfinder und Tarski hier könnte man noch sehr gut als Ersatz für die älteren Karten nehmen, wenn ihr das Deck bei Arena zocken möchtet. Ich persönlich habe tatsächlich nur den Trapfinder im Deck. Hier meine Arena-Liste, falls ihr das Ganze auch mal ausprobieren möchtet, findet ihr ebenfalls über die Videobeschreibung, wobei diese Version für Arena-Verhältnisse leider keine Budget-Version ist. Jo, das waren auf jeden Fall hier alle Infos, die ich euch zu dem Deck mitgeben wollte. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch oder auch ein Abo würde ich mich wie immer mega freuen. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.